... mit Feng Shui. Er kann nicht mehr, dass er das kleinste Ding aus dem Platz hat, um die Angst vor der Mischung, die es bringen wird. Und du willst mich, zu... ...zureich, dass sein Glück schlecht wird. Sehr schlecht. Ich mag deinen Stylen. Ich will. Irgendwie tötet er doch damit irgendwie einen Unschuldigen. Er ist ja immer noch Polizist. Hat er das irgendwie vergessen? Aber wirklich, die... ... ist wirklich eine extrem giftige Schlange. Die will selber nur an die Macht, deswegen sollen wir den beseitigen. Mehr ist das so gar nicht. Onkel Po sollte leben. Der macht halt alles richtig. Da ist der Schrein. Hoffentlich kann ich den gleich mitnehmen. Letztes Mal bin ich an meiner Wohnung aufgetaucht. Bye, Mr. Chow. Ja, bye, Mr. Chow. Ciao, Mr. Chow. Nö, erst mal nehmen wir uns den Schrein. Nein, erst mal beten. Hoi-oh, hoi-oh. Okay, dann gehen wir mal rein. Wir müssen eh über den Zaun klettern oder sowas. Ach, ja klar. Ah, und so leicht sind wir drin. Okay. Wir sind drin. Oh, der ist aufs Maul gelegt. Oh, Mann. Wo gehen wir jetzt hier runter? Okay, wir sind drin. Wir müssen aufpassen vor Wachen. Die sitzen hier irgendwo. Okay, das Tor ist zu. Wir müssen da die Treppe hochgehen. Ja, besser ruhig sein. Wunderbar. Hier sind wir auch schon an dem Tor. Hm, aber ich muss da irgendwie rüberkommen. Perfekt. Oh, wir gehen noch eine Runde baden. Oh, geht nicht. Oh, okay, sicher. Du auch, Salty. Oh ja, Schlussknacken. Eines der lustigen Minispiele. Ja, ne, warum hat er das nicht eigentlich gemacht? Er hat ja schon das Tor da hinten aufgetreten. Immer mit der Ruhe, Dickerchen. Ach. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin immer im letzten Moment am Zucken. Das gibt's doch nicht. So. So. Okay, meine Güte, war ja im Zucken. Da ist eine Statue. Genau. Erstmal Krach machen. Ich hab doch hier eine Statue gesehen. Hm. Wie komm ich da rein, ist die Frage. Vielleicht kann ich das beiseite schieben? Hm. Leuchtet sogar durch die Wand. Wups. Bevor ich das letzte Ding kaputt mache, will ich mich noch ein bisschen umsehen. Ich will die Statue haben. Gibt's hier irgendwo einen geheimen Knopf oder so? Hm. Nichts. Überhaupt nichts. Ein Schlagstock. Joa. Da bin ich dabei. Lass mich erst ein bisschen umsehen. Ich kann hier gar nicht rein. Merkwürdig. Irgendwie muss man das Ding offen kriegen. Wanderlismus. Wanderlismus. Den Glücksbringer stehlen. Okay, jetzt kommen wir dahin. Oh, jetzt müssen wir mal hacken. Okay, wieder die richtige Frequenz einstellen. Beziehungsweise einfach das Schloss knacken, bis er sagt, passt. Welche Zahl bist du denn? Ich darf nicht zu schnell drehen, sonst komme ich dran vorbei. Ja, komm schon näher. Jetzt die andere Seite. Und offen. Wunderbar. Was für ein Idiot. Oh, Getränke können wir beschaffen. Schade, ich dachte, jetzt kommt ein Minispiel, wo wir die Zeiger drehen müssen. Nö, erst mal was trinken. Ah, ja. Genau so. Erhöhter Schaden sogar. Okay, dann drehen wir mal das Piano. Wunderbar. Das würde ihn Angst machen. Oh, oh. Gar nicht gut. Boah, wir müssen den ausschalten oder wegrennen. Ist da der Couch? Bleib ruhig. Oh, Gott. Sie haben mich gesehen. Oh, Gott, ich hätte hinter der anderen Couch gehen müssen, nicht hinter dem Sessel. Okay. Okay. Just hide. Bleib ruhig. Jetzt wird auch jeder sofort schreien. Ja, ich bin hier. Oh, Golden Koi. Jetzt habe ich wieder Hunger. Yep. Weg, weg, weg. Toll, das bringt jetzt auch nichts. Normalerweise müssen wir jetzt dahin gehen, wo die ganzen Sachen gespeichert werden. Dann legt sie wieder aufs Maul. Okay. Dann hacken wir die Kamera. Drei, vier, fünf, sechs. Drei, vier ist falsch, fünf, sechs. Mh, falsche Stelle. Mh, wieder falsche Stelle. So ein Pech aber auch. Vielleicht kommt hier die drei hin. Hier machen wir die eins hin. Hier die vier, da die drei. Naja, haben wir schon. Nehmen wir die sechs. Nö. Okay. Nehmen wir mal die eins, acht, sieben, ja, drei. Eins war richtig. Alles andere war falsch. Fünf. Zwei. Sieben. Zwei an der falschen Stelle, okay. Nein, ich wollte eigentlich auch die fünf. Zwei richtig, okay. Neun. Vier. Neun an der falschen Stelle. Acht ist falsch. Neun. Sechs. Jawohl. So einfach geht das. Oh, der wird ausflippen. Oh, der hat sich nicht mehr. Oh, der hat sich. Oh, der hat sich. Oh, der hat sich. Ich hab nie gesehen. Ich hatte nie eine, ähnliche Gegend, bevor. Nie. Oh, meinst du. Ja, meine, ich kann mich nicht mehr. Warum, warum hast du mich verholt. Es ist dein Job, mich zu verholt? Ist es nicht? Wie der am Schwitzen ist. Hm, der spritzt ihn gleich wieder ein. Und dann haben wir die Mission erfüllt. Boah, aber los weg hier. Okay. Aber du passt wahrscheinlich nicht da rein. Ah, damn well. I always wanted to get myself one of these. One of these? Really? Ah, yeah, okay, man, I did. You're a strange guy. Oh, hey, I'm... Juhu. Hurry up. Nice work, kid. You got your salty style. I comes in. See you later, kid. Dafür musst du aus dem Auto aussteigen. Okay. Super einfache Mission. Genau, Upgrades. Ja, sicher. Und was wetten wir, dass die denn umgebracht hat? Ach, ärgerlich. Kann man aber nichts machen. Upgrades. Haben wir denn hier? Powerkick-Folgeangriff. Okay. Halten sie xx. Also, halten sie x plus x. Nette Sache. Ich werde noch eine Mission machen, denke ich, und dann werde ich die Statuen abgeben. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Puh, so weit weg. Ich bräuchte ein Taxi. Das war dringend. Sollte ich aber mehr in die Stadt reinfahren. Immer wenn man ein Taxi braucht, findet man keins. Die erscheinen wahrscheinlich nur, wenn man für einen Fußgänger ist. Ich habe da irgendwas blinken sehen. Moment. Sag ich doch. Oh, jetzt sind doch noch Schläger die erst bewachen. Boah, ja. Der Folgeangriff ist genial. Oh. Oh.